Das ist total creepy. Oder? Findet ihr jetzt nicht auch creepy? Ich will das creepy wie Schwein. Nö, ich will jetzt erst gucken, was hier ist. Okay, wir sollten langsam. Der wartet bestimmt auf uns. Das ist total creepy hier. Die, die, wow. Da krieg ich schlecht Gänsehaut hier. Der Moment, wo Mass Effect zum Horrorspiel wird. Oh, mit Jan Schäppelt. Oh, das ist leer. Yo. Wo müssen wir denn hin? Geht dann schon mal fort, tschüss. Ihr macht das schon, ne? Peanuts und so. Hier ist was. Schicker. Kommt ihr, Kinder? Na, die sind immer so langsam. Gut, ich weiß auch immer übelst viele. Gegner zu sie über. Oh, ne. Keine Rache, ne. Hab's vergessen. Keine Sackratten. Hier kommt so einiges her. Das ist schon ein bisschen heftig grad. Was ist das? Oh, what? Das war total merkwürdig. Linke Unterlagen. Wah, was ist los? Huch. Komm her. Es gibt irgendwie was, was war los. Wieso ist denn der gestorben? Wieso ist denn der gestorben? Beziehungsweise fast gestorben. Der ist fast gestorben. Hat der grad Shepard gesagt? Ach so, das ist auch stark nach Shepard an. Alter, wo muss der hier lang? Mensch, wo geht's denn hier lang? Ach, Männer. Ach, Männer. Ach, nö. Garrys, mach mal hier. Keine Rachen. Äh, das sind Asari. Okay. So, jetzt will ich aber hier langsam... Ja, geh aus dem Weg. Tschüss. Okay. Okay, let's find that artifact. Ja, nach Ach Nies. Oh, jaja, voll Stress hier, oder? Voll Stress. Weiß nicht. Erzähl, was los. Ja, dann komm. Ich bin doch bei der Dron, die ist doch da. Kommt, bestimmt irgendwas. Das ist doch. Das ist doch. Oh. Lass mal meine Drohne in Ruhe, Alter. Kannst du mal? Ach, hier ist er okay. Drohne hopp, hopp. Ich bin da, aber... Hm. Jetzt hätte ich gerne entweder Tali oder... ... oder Leo dabei. Oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da. In der Face, Bitch. Ey, die Banshees, die sind eigentlich so die Schlimmste. Können die auf den Tod nicht ab, weil die so ekrische Geräusche machen, ne? Nicht normal. Verschädigungs, ja, ja, nehmt alles mit. Okay, hoffen wir, dass wir vorhin wirklich beim Artefakt ankommen, weil sonst haben wir hier echt die Popo-Karte. Das wird nicht schön. Das ist. Der ist doch bekackt, Alter. Kannst du vielleicht noch das Blut abkratzen. Irgendwas in der Hand, ne? Hm? Ja? 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 Und er ist tot ein paar Jahre alt. Also, Leviathan hat Bryson getötet. Er kann diese Kolonie übernehmen. Und er kann sie als Puppets benutzen. Huh. Was noch mehr benötig ist? Die Daten entdeckten. Es gibt auch einen persönlichen Log mit 8 Missed Calls von jemandem Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Who... Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. Are you all right? I think so. I feel like... I feel strange, but... All right. Can they go now? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? What is here... What is here... What happened to you? Not really. I... Remember... It just seemed cold. I remember a feeling... Cold and dark. If dark was a feeling... That's exactly what I felt. What is this artifact? That artifact? You know where it came from? Came out of the mine. Right. That office was supposed to send someone. That's about all I can... 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 That's what your situation. Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. Couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Reaper. What's a Reaper? What year do you think this is? 2176. 2176 was 10 years ago. What? Let's arrange for these people to be evacuated into temporary quarantine. If these people have been out of it for that long, they are in for a shock. Definitive. All the Fälle. The guy has the power to take down a Reaper. And he possesses the ability to indoctrinate. Do you think it actually is a Reaper? I want to know more about that. If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here and more importantly why? Edie, did we get anything from Garno's notes? Yes. They suggest that Garno created a way to block the artifact mind affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you there. Yes, Commander. I want to know just what the hell these artifacts really are and what they can do. Hmm. Whatever they are, they are too dangerous to have around. And we have one sitting right in the middle of this citadel. Oh no. That's extreme for a Popo. Haha. That's it. Ach. Okay. That's just a thing. That's bad now. I don't know. That's not bad now. That's good now. Okay. I'm going to go back to the Citadel. Okay. drüben beim massenbotei ist noch irgendwas das heißt aber auch dass die rieber mit einem arsch hängen okay fliege nur mal hier rüber ich muss leider egal ich muss hier hin hier ist irgendwas hier kann ich landen okay dann landen wollte ich hier nicht unbedingt wer weiß was hier ist und bruch kühlkörper wieso können wir hier landen das finde ich voll creepy ha 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 reaper good bye ja du musst leider wirklich weg weil sonst bist du ampo ampo bist du zurück zum berufen wo das autofakt ist das finde ich gut gehen dass ich habe ich bedenken hier ich habe ich bedenken so andocken präsens labor da kommt das kämmer schon ist in ordnung da steigen wir nochmal aus mensch ist ja kein ding da ist das teil ist voll gruselig ich hoffe das hilft was ich habe es lieber dann ein verbündeter ich habe es lieber dann ein verbündeter ich kenne es gefährlich als hell Rysen's assistant versucht mich zu töten vielleicht hat Leviathan ihn kontrolliert um sich zu beschützen um die Menschen entfernt von ihren Straßen vielleicht es zeigt dass wir noch nicht wissen was wir mit uns beschäftigen ohne die Riesse dieses Artifakt bleibt unser einzige Link um zu finden Leviathan vielleicht können wir es noch mehr Informationen finden hier im Lab Entschuldigung das Team der Bryson hätte hätte etwas gemacht haben das wir missen ich schaue um ok Datei untersuchen Energie Emissionstest 1. Test Das Artefakt wurde negativ auf Infrarot und Ultraviolett Emissionen getestet keine Kammer- oder Röntgenstrahlung gemessen. Nachfolgende Test. Das Artefakt zeigt keine Reaktion auf verschiedene Stimuli. Interne Messungen bleiben ohne Ergebnis. Keine Fortschritte bei der Bestimmung des Alters. Ich war für mich die ganze Nacht hier nur um herauszufinden, dass das Ding vollkommen unwichtig ist. Bin am Schreibtisch eingeschlafen. Das Artefakt ist definitiv inaktiv und ungefährlich. Ich empfehle es zu Referenzwecken hier zu behalten. Wir sollten alle in seiner Nähe bleiben. Auf lange Sicht ist es vielleicht nützlicher als Leviathan. Ich empfehle die Suche nach Leviathan abzubrechen und zu produktieren, schon nachzugehen. hier. Definitiv. So verlockend. Was haben wir denn hier eventuell noch? Aber hier ist wahrscheinlich nichts mehr, oder? Projektdaten? E.D. E.D., was Garnot gearbeitet hat, als er gefunden hat das Artefakt? Basilisk. Got anything on Basilisk? Several ships, ein mythical creature, und ein rare, mid-tier enemy type in der Galaxie of Fantasy Video Game. Es hat einen Gaze Attack, capable von triggering synced Animation Kills. Spieler Forms describe es als overpowered. E.D. I meant the project, E.D. Oh. Then, no. There's got to be something here on this artifact. What about the server? Brysons assistant wiped the office server and destroyed all backups. Likely before killing Bryson. However, records show new messages on Brysons personal comm terminal upstairs. Gehen wir mal oben an den Computer ran. Den er direkt neben seinem Bett stehen hat. Was ist das? Audiolock? Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Salarians may have surveillance footage. O.A.V.A.S.A.D. will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old, at least. And its technology outstrips anything on the council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. A real Leviathan of Dis, a thing that destroyed the ship is still out there. Unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. A message from Dr. Bryson's daughter, Anne. According to my records, she worked with her father. I'm at the dig site in the Pylos Nebula. Project Scarab paid off. I've got another artifact like the one Garneau found. I think it could be affecting people's behavior. You need to shield the one in your office. I tried to warn Garneau, but I can't get through. We've got reefer scouts coming in toward the main site. I'm heading to the secondary base to grab what research I can.